Erfreulicherweise konnten wir die Exporte mit Mexiko in den letzten Jahren verdoppeln. Was liegt also näher, als hier gemeinsam ein Business Forum zu begehen? 40 steirische Delegationsteilnehmer, ein volles Haus vor Ort hier in Mexiko City. Wir freuen uns auf gute Geschäftsabschlüsse. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.